Guten Tag, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meinen drei wunderbaren Kollegen das Divertimento in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart zu spielen. Sie übernehmen die zweite Geigerstimme mit abstandig schwerster Stimme, weil Sie müssen sehr flexibel bleiben. Das schaffen Sie und besonders bei dem Takt 52 wünsche ich viel Glück bei dieser sechthinsten Stelle. Das ist gar nicht so einfach, aber Sie schaffen das. Auf Wiedersehen. Klop, klop! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020